Liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Bekommen wir im Train Simulator 2020 eine bessere Grafik? Entwickler Toughday Games hat nun die Features bekannt gegeben, welche im Train Simulator 2020 enthalten sind. Die neuen Features sind sowohl im kostenlosen Update als auch in der Vollversion von Train Simulator 2020 enthalten. Im Train Simulator 2020 wird es künftig im Menüpunkt Fahren ein neues Filtersystem geben. Über dieses Filtersystem hat der Spieler die Möglichkeit, seine beliebten Strecken, Szenarien und Züge in einer Art Favoritenliste anzulegen. Dies erleichtert es dem Spieler, seine Lieblingsstrecken, Lieblingszüge und Lieblingsszenarien schneller wiederzufinden. Dieses Filtersystem ist vor allem für Spieler sehr interessant, welche mittlerweile sehr viele Add-ons, Strecken und Züge im Train Simulator besitzen. Im Menüpunkt Schnelles Spiel, Quick Drive, soll es nun die Möglichkeit geben, den KI-Verkehr abzuschalten. Das ist vor allem für Spieler sehr interessant, welche den Train Simulator auf einem schwachen PC spielen. Daftail Games hat außerdem bekannt gegeben, dass es nun auch in den Grafikoptionen neue Einstellungsmöglichkeiten geben wird und neue Grafikeffekte im Spiel enthalten sein werden. Dabei sollen in den Grafikoptionen folgende Anpassungsmöglichkeiten möglich sein. Ein Ambient Light Intensity und Sun Light Intensity, das sind beides Einstellungen für den Beleuchtungsgrad. Dann soll es die Ambient Occlusion geben, dabei handelt es sich um die Umgebungsabdeckung. Dann gibt es Depth of Field, Adaptive Bloom, Field of View, Kontrast, Color Filter, dabei handelt es sich um einen Farbfilter, Scream Effect Filter und Vignette. Ein Teil dieser Einstellungen soll auch über Tastenkombinationen aufrufbar sein. Entwickler Daftail Games hat dazu auch erste Bilder veröffentlicht und einen Teil dieser neuen Einstellungen vorgestellt. Hier sehen wir im ersten Bild die Ambient Occlusion. Dabei handelt es sich um einen Effekt zur Umgebungsabdeckung. Auf der linken Seite sehen wir die bisherigen Einstellungen und auf der rechten Seite eine stark eingestellte Ambient Occlusion. Im zweiten Bild sehen wir die Option Vignette. Auf der linken Seite ist die Vignette ausgeschaltet und auf der rechten Seite ist die Vignette in einer mittelstarken Einstellung eingeschaltet. Und da ist schon ein großer Unterschied erkennbar. Auch für Spieler, welche gerne Scream Shots machen, gibt es künftig einen Schwarz-Weiß-Filter, der einstellbar sein wird und den sogenannten Sepia-Filter, so dass man den Scream Shots auch einen historischen Hauch verpassen kann. Hier sehen wir die Einstellungen Kontrast. Auf der linken Seite der schwache Kontrast und auf der rechten Seite ein stark eingestellter Kontrast und auch hier ist dann schon ein deutlicher Unterschied sichtbar. Auf diesem Bild sehen wir den Crane-Effekte-Filter und auf der rechten Seite sehen wir den CRT-Effekte-Filter und auch hier ist schon ein Unterschied erkennbar. Und auf dem letzten Bild sehen wir Field of View. Das ist meiner Meinung nach die größte Neuerung, denn es wird hier künftig möglich sein, den Blickwinkel im Führerstand zu verstellen. Auf der linken Seite sehen wir, dass der Lokführer hier relativ nah am Frontfenster sitzt, während auf der rechten Seite der Lokführer etwas weiter vom Fenster weg sitzt und größere Teile des Führerstandes sieht. Und das waren die neuen Features im Train Simulator 2020. Was ist eure Meinung zu den neuen Features? Gefallen euch die Neuerungen? Was würdet ihr euch noch im Train Simulator wünschen? Eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Die neuen Features sind sowohl in der kostenlosen Update-Version als auch in der Vollversion des Train Simulator 2020 enthalten. Train Simulator 2020 erscheint am 19. September 2019 für den PC. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.